Mit dem Smartphone sicher von unterwegs auf die Fritzbox zu Hause zugreifen? Jetzt in Frag Fritz. Die Sabine hat uns gefragt, wie man mit seinem Smartphone von unterwegs sicher mit einer VPN-Verbindung auf die hermische Fritzbox zugreifen kann. Und das zeige ich euch gerne. Es müssen erstmal ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. Genau genommen eine, nämlich die Fritzbox, auf die ihr zugreifen wollt, muss aus dem Internet erreichbar sein. Sie braucht eine öffentlich erreichbare IP-Adresse. Das kann man sich mal angucken. Ich gehe mal auf meine Fritzbox rauf. Ganz wichtig, VPN, das ist ja schon ein bisschen eine erweiterte Funktion, deswegen erweiterte Ansicht aktivieren, damit ihr auch wirklich alle Optionen in der Oberfläche seht. Und wenn wir auf Internet, Online-Monitor gehen, dann seht ihr hier eure aktuelle vom Anbieter zugewiesene IP-Adresse. Da geht es jetzt zu prüfen, ob die auch wirklich aus dem Internet erreichbar ist. Das geht zum Beispiel mit einem Ping aus dem Internet, zum Beispiel über eine Webseite wie ping.eu oder ihr fragt im Zweifel einfach euren Anbieter. Wenn die erreichbar ist, super, aber die kann sich auch mal ändern. Und da nutzen wir einfach unseren MyFritz-Dienst. Da meldet ihr euch einfach mit eurer E-Mail-Adresse an und dann bekommt ihr automatisch so einen MyFritz-Namen. Und der erinnert sich nicht, der verweist immer auf die aktuelle gültige IP-Adresse. Und damit sind auch schon alle Voraussetzungen erfüllt. Es gibt jetzt aber noch eine Sache zu beachten. Es kann ja sein, dass ihr mit eurem Smartphone von unterwegs aus einem anderen Fritzbox-Netzwerk, zum Beispiel bei Freunden, auf euer Fritzbox-Netzwerk zugreifen wollt. Und die nutzen ja standardmäßig beide das gleiche IP-Netz. Und das funktioniert dann genau nicht. Und deswegen noch ein Tipp von mir, wenn ihr mit VPN arbeiten wollt, dann geht einfach unter Heimnetz, dort auf Netzwerk, die Netzwerkeinstellungen und ändert die IP-Adresse von euer Fritzbox. Das funktioniert hier. Standardmäßig haben wir ja die 192, 168, 178. Ich habe bei mir hier einfach die 188 eingetragen und damit nutze ich also nicht mehr das Standards-Netzwerk. Und es sind wirklich alle Voraussetzungen erfüllt. Jetzt können wir eine VPN-Verbindung einrichten. Das Ganze passiert unter Internet, Freigaben, VPN. Ich möchte einen neuen Benutzer anlegen, denn ich greife ja als Benutzer mit meinem Smartphone von unterwegs auf die Fritzbox zu und springe deswegen automatisch in die Benutzerverwaltung der Fritzbox. Da kann man auch direkt hingehen. Ihr könnt einen neuen Benutzer anlegen oder in meinem Fall habe ich schon einen angelegt, den ich nutzen möchte. Gehe auf Bearbeiten, da gibt es diverse Einstellungen und ganz unten findet ihr die VPN-Option. Und die muss ich einfach nur aktivieren und das Ganze übernehmen. Jetzt kriege ich eine Anleitung, wie das Ganze auf meinem Smartphone, iOS oder Android eingerichtet wird. Und ich zeige das hier mal exemplarisch für iOS. Dann nehme ich mir mal hier mein iPhone und folge mal den Anweisungen. Ich soll in die Einstellungen gehen und dort unter Allgemein ein VPN hinzufügen. Finden wir hier. Wir sehen es, ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet, ich habe das schon eingerichtet, aber ich zeige mal, wie es prinzipiell funktioniert. VPN hinzufügen. Und jetzt am Anfang, ganz wichtig, hier ist IKE V2 ausgewählt, Vorausgewählt. Da, wie es auch in der Fritzbox-Oberfläche steht, bitte IPsec auswählen, sonst haut das mit den Feldern nicht hin. Und danach ist reine Fleißarbeit gefragt. Jetzt gilt es, all diese Felder mit den entsprechenden Werten, die auf euch der Fritzbox-Oberfläche angezeigt werden, auszufüllen. Und weil das ein bisschen Tipparbeit ist, habe ich das schon mal gemacht. Ich gehe nochmal rein in meinen VPN-Fritzbox. Da sehen wir, ich habe eine IPsec-Verbindung zu dem MyFritz-Namen meiner Fritzbox und nutze den Benutzer Gordon mit dem dazugehörigen Kennwort. Alles, was ich jetzt noch machen muss, ist, diese Verbindung aufzubauen. Und dann sehen wir, dass hier oben ein VPN-Zeichen erscheint. Jetzt kann ich hier zum Beispiel auf den Browser gehen und mit der IP-Adresse auf meine Fritzbox, die 7590, zugreifen und zum Beispiel von unterwegs Einstellungen vornehmen oder natürlich auch andere Heimnetzgeräte aufrufen. So, mein iPhone ist bereits verbunden. Das Gleiche kann ich jetzt natürlich analog auch mit dem Android-Gerät machen oder ihr nutzt unter Android die MyFritz-App. Da kann die nämlich etwas ganz Besonderes machen. Das zeige ich euch hier mal. Ganz wichtig, wenn ihr die MyFritz-App einrichtet, müsst ihr noch ein paar WLAN mit eurer Fritzbox verbunden sein. Und dann könnt ihr dort einfach mal auf Heimnetz gehen und da gibt es die Möglichkeit, eine Heimnetz-Verbindung einzurichten. Und das ist hier wirklich nur einmal rauftippen, einrichten und das war es auch schon. An der Box muss das nochmal bestätigt werden, weil VPN Sicherheitseinstellung und die Heimnetz-Verbindung ist eingerichtet. Was ist nun der Unterschied zwischen der Heimnetz-Verbindung und der VPN-Verbindung, die direkt in Android beziehungsweise iOS eingerichtet wurde? Das kommt darauf an, Sabine, was du machen möchtest. Wenn du nur auf deine Fritzbox, auf dein Fritzbox-Netzwerk zugreifen möchtest, um zum Beispiel Smart Home-Geräte zu steuern, auf die Oberfläche zu gehen, aufs Fritz-Nas zu zugreifen, ist die MyFritz-App die einfachste Möglichkeit. Wenn du aber zum Beispiel besonders sicher von unterwegs Online-Banking nutzen möchtest, dann nutzt die VPN-Verbindung von iOS oder Android, denn da werden alle Pakete, also auch Daten, die ganz normal ins Internet sollen, gesichert erstmal zu deiner Fritzbox geschickt und gehen dann dort erst ins Internet. Sabine, ich hoffe, du kannst damit die VPN-Verbindung aufbauen, die du brauchst und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie uns doch einfach unten in die Kommentare, auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube und wenn euch unser Kanal gefällt, dann abonniert ihn auch mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin. Und tschüss.